Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich euch, was die Vorteile einer Firmengründung mit Unterstützung von go.eu sind. Eine Firmengründung in einem EU-Land kann ich doch auch selbst durchführen. Einfach hinfliegen, gründen und wieder abreisen oder via Remote-Verfahren mit einer Gründungsagentur von Deutschland, Österreich oder Schweiz aus. Natürlich, es bleibt jedem selbst überlassen. Wir wollen bei einem derart persönlichen Vorhaben auch nicht im Weg stehen. Wir von go.eu sind ein Verbund von erfolgreichen Unternehmern, die alle einen laufenden Geschäftsbetrieb führen. Der Ansatz der Full-Service-Dienstleistung ist eine Hilfestellung bei der Firmengründung, bei Notarterminen, Buchhaltung, Büroadresse, Kontoeröffnung und vielem mehr. Das alles können wir dir aus einer Hand bieten. Die Idee unserer Dienstleistung entstand aus der eigenen Erfahrung bei der Gründung in östlichen EU-Ländern. Nutzt ihr eine derartige EU-Furma auch selbst? Da uns dieses Konzept derart überzeugt hat und wir tagtäglich die Vorteile und Steuereinsparungen von bis zu über 50% merken, haben wir uns entschieden, diese Firmengründung in Form einer Full-Service-Dienstleistung für Selbstständige und Unternehmer anzubieten. Kann ich auch komplett aus der Ferne gründen? Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, wie aufwendig Bürokratie in osteuropäischen Ländern sein kann. Dazu zählt unter anderem Papierkram aus postkommunistischen Zeiten, sowie dass eine Gründung inklusive Bankkonto aus der Ferne nicht möglich ist. Und wenn aus der Heimat gegründet werden soll, dann nur ohne Bankkonto. Und das Ganze zieht sich dann auch über mehrere Monate hinweg, da Notartermine inklusive vereidigten Dolmetscher noch mit einer Apostie in Deutschland versehen werden müssen. Was beinhaltet euer Service? Nach jahrelangen Abmühen haben wir nun ein Setup geschaffen, das uns erlaubt, eine Firmengründung inklusive Bankkonto innerhalb von fünf Tagen schlüsselfertig vor Ort und begleitet anzubieten. Das heißt, du reist im Bestfall montags an und wir erledigen zusammen mit dir über die Woche hinweg alle notwendigen Schritte bei Ämtern, Notaren, Banken, sowie richten wir auch eine entsprechende Buchhaltung ein. Am Freitag reist du dann 100% schlüsselfertig ab mit einer neu gegründeten Firma inklusive Firmenanschrift, Bankkarten des Firmenkontos und einer eingerichteten Buchhaltung. Was enthält eine Firmengründung genau? Die Firmengründung bei GoEU beinhaltet das Full Service Paket von GoEU entscheidet. Wird mir in punkto Steuer, Firmen oder Personalfragen auch nach der Gründung noch weiter geholfen? Selbstverständlich. Wir berechnen keine fortlaufenden Beraterkosten, da bis dato unsere Mandanten sehr zufrieden sind. Wir freuen uns natürlich immer über Empfehlungen und coachen dich so lange, bis du mindestens 10.000 Euro durch Steuereinsparungen verdient hast. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Sollte das Thema Firmengründungen oder Steuern sparen für dich interessant sein, so freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme. Weitere Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung.